Musik Sportplatzübergabe in Krundendorf Ein langer Hinterwunsch aller Anhänger dieser Elendfreizeitgestaltung geht heute endlich in Erfüllung. Musik 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 Es gibt viele Ansprachen und noch mehr Ehrengäste. Jeder findet die passenden Worte und jeder hört sich gern. Landeshauptmann Wedemig erklärt den Sportplatz für eröffnet. Musik 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 Das spannende Premierenmatch bestreiten die Gemeinderäte Börtschach-Krumpendorf. Auch die Freiwillige Feuerwehr Krundendorf holt sich den NGV Seerösel zum Kampf auf den grünen Rasen. Möge das Interesse an diesem schönen Sportplatz auch in weiterer Zukunft so groß sein wie heute. Dem KSK kann man nur gratulieren. Musik Dem KSK Und er schreiten die Probe auf dem Liedsert発. Menge rabbit Thomas Mul 18 ld Untertitelung des ZDF, 2020